... ... ... ... ... ... ... ... Puh! Ah! ... sehr sehr unangenehm was ich ehrlich sagen ich habe jetzt drei von ihren nestern auseinander genommen ich weiß nicht wie viele dann noch kommen können ob jetzt überhaupt noch welche kommen nachdem ich gerade das letzte das lässt ausgelöscht auf einem augen die kommt kein text mehr ich habe ich die erste ebene des great staircase abgeschlossen auch wenn mich das ständig jetzt gerade ziemlich arg zurück wirft hier komme ich wieder nach oben ist halt die frage ob das nur passiert während ich im great staircase bin oder ob es jetzt aufgehört hat nachdem ich das nest zerstört habe hier leute hier 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 unten im augenblick kommt es nicht also kann es sein dass ich jetzt weit genug weg bin dass sie keine neuen spawnen von diesen schraktors oder wie auch immer die viecher jetzt hier heißen weil schraktor waren die lilanen und die vergie die krank machen und vergiften konnten glaube ich die fliegenden spinnen wie man sie gerne wie andere sie gerne nennen ich bin gerade hier dann gucken wir mal kurz uns das hier oben an ja da ist die eine treppe da wird der weg durch sein die ich aufgemacht habe hoffentlich und der rest muss ich mir angucken wenn ich dadurch komme ich weine ich habe nichts gegen die vielen kostenlosen xp die ich gerade träge aber auf dauer wird es doch etwas nervig genau wie du da ja gut das ist der wird schwock wo ich gerade bin das ist der weg runter gut hoch wollte ich nicht wie gesagt ich versuche jetzt gerade ein bisschen mit einer sprenger taktik sprich ich töte diese bienenviecher so viele ich kann versuche mich ein bisschen durchzumoschen und die nester zu finden und die zu zerstören in der hoffnung dass dann weniger oder sogar gar keine mehr respawn wenn ich alle nester platt gemacht habe so jetzt muss ich mich aber hier erstmal wieder zu rast legen jetzt bin ich nicht gerade noch nicht nicht im great staircase erst der way es hat wirklich die frage ob ich jetzt so gesehen den geheimen ausgang gefunden habe oder ob ich den weg in die verdammnis gefunden habe da sind sie ja schon gleich ja 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 Mhm. Findet auf jeden Fall so als ob's. Okay, das Thornrad, der sich verlangsamt hat. Also die Zeit, bis dieser Text da aufkloppt. Okay, wieder ein strategischer Rückzug. Schlafen. Oh, und es passiert immer noch. Ich hoffe mal wirklich, dass ich nur noch ein oder zwei Schraktornester finden muss, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Eins würde mir reichen. Oder Bienennester, weil Schraktors sind es ja keine. Ich sage immer Schraktornester, weil in den Minen ist immer dieser Nachricht aufgeploppt, dass ein neuer Schraktor aus einem Hive gespawnt ist. Bis ich eben alle Nester zerstört hatte, irgendwie. So. So. Oh, das ist nicht so schön. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Also. Ah. So, hier geht's runter. Und ich bin wieder ganz unten. Naja, egal. Das war genau das, was ich meinte, was ich vermeiden wollte. Ah, ich bin hoffentlich aus ihrer Range geflohen, dass jetzt gerade nichts respawnt, wenn ich so abhaue. So. Will ich mal schlafen. Vor allem meinem Nahkämpfer geht das jetzt ordentlich auf die Energie. Okay. So, mein Magier hat auch gleich wieder. Oh, kein Licht mehr. Jetzt haben wir Licht. Nee. Ah ja, das war der letzte Wurf durch, der gefehlt hat. Gut. Okay. Dann kommen sollst du mir recht sein, wollte ich gerade sagen. Okay. Okay.